Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Movie Cannibals. Ich bin der Sven und an meiner Seite natürlich wieder der Till. Hallo. Moin. Wir haben heute wieder einen bunten Kessel allerlei für euch und auch einen Gast. Aber zuerst kommen wir zu unserer Last-Watch-Kategorie. Till, was hast du dir die letzte Zeit so gegeben? Also, ich habe geguckt. Eine ganz, ganz tolle Western-Empfehlung. Old Henry von 2021. Richtig, richtig, richtig cooles Ding. Habe ich, weiß nicht, war das 99 Cent mal wieder oder einfach so? Kann ich jedem empfehlen. Einfach so ein zurückgezogener alter Cowboy mit seinem Sohn und dann finden sie was. Das ist natürlich wertvoll. Dazu noch einen angeschossenen Typen und der ist dann im Haus. Und dann wollen natürlich die Bösen beides haben. Hintenrum mit einem tollen Finale. Kennst du den? Ich überlege gerade. Ich bin eigentlich, also ich bin ein Western-Fan, aber Old Henry sagt mir jetzt gar nichts. Der ist erst zwei Jahre alt. Richtig, richtig geil. In der Hauptrolle ist Tim Blake Nielsen. Den kennt man, ach Gott. Ja, ich weiß, wer es ist. Ja, genau. Irgendwie Minority Report und so hat er mal mitgespielt, genau. Das habe ich geguckt. Also, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann in der B-Movie-Schiene habe ich mir Scott Adkins gegeben. Und zwar One-Shot. Oh, ja. Kann man machen. Fand ich solide. Hat Spaß gemacht. Vor allem, weil wirklich, also ich bin wirklich, ich gucke wirklich bei One-Shot-Filmen penibel da drauf, weil es mir Spaß macht, ob ich Schnitte erkenne. Und hier war das wirklich schwierig. Also, einen habe ich gesehen, so bei 1918 kann man zum Beispiel viele sehen und vermuten, wenn man dafür ein Auge hat. Und hier war es wirklich schwierig. Und der hat schon Spaß gemacht. Und Scott Adkins, ja, wenn Scott Adkins loslegt, ob Faust oder Gewehr, dann knallt das halt. Ist halt einfach so. Und der hat Spaß gemacht. Kommt auch nur noch eine Fortsetzung. Von One-Shot, genau. Entweder sind sie gerade dabei. Ich weiß nicht, wie es bei denen jetzt aussieht mit dem Streik. Ja, okay, stimmt. Inwieweit die da sind. Aber das letzte, was ich gelesen habe, ich glaube, die waren sogar schon, glaube ich, beim Drehen. Ja, da habe ich Bock drauf. Ja, und ansonsten drumherum habe ich mir immer wieder Kleinigkeiten angeguckt, die aber auch groß ins Kino gekommen sind, die wahrscheinlich alle schon besprochen wurden. Und ich bin sehr froh, weil Moonfall war dabei, möchte ich nichts zu sagen. Außer, es ist eine absolute Frechheit. Ja, genau. Ja, sonst drumherum habe ich so ein bisschen, da habe ich die letzten Saw-Teile nachgeholt und Insidious endlich mal vervollständigt. So war es halt. Ja, genau. Bin gerade am Chucky-Universum dran. Noch nicht fast fertig damit. Und Phenomena habe ich geguckt, endlich mal. Kannte ich noch nicht. Auch wirklich toll. Ja, das ist so mein kleiner Abriss, weil ich habe wirklich viel geguckt. Wirklich viel geguckt. Ich hatte Urlaub. Ah, naja gut, jetzt muss die Zeit nutzen. Ja. Nein, was, ich habe tatsächlich viel Hongkong-Kino reingezogen die letzten zwei, drei Wochen. Natürlich die Klassiker abgearbeitet, Hardboiled, Killer, Bullet in the Head. Und ich will da Herrgott sein, ich will da einfach endlich eine gescheite VÖ haben. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Da liegt das Zeug einfach schon seit Jahren in irgendeiner sonst wo drin und keiner kümmert sich drum. Ich habe aber auch gelesen, dass die Lizenzen halt angeblich sehr, sehr teuer sind. Ja, okay. Also ich hätte gern zumindest auf jeden Fall von Hardboiled und von Killer ein Steelbook, wäre cool. Ein cooles Hardboiled-Steelbook. Also ich bin ja eher bei Mediabooks, aber mir würde erstmal so eine Blu-ray reichen. Hardboiled habe ich als DVD hier. Und tatsächlich ist The Killer noch auf meiner Liste, den habe ich noch nicht geguckt. Ich habe aber gelesen, ich habe irgendwie ein Screenshot in einer anderen Discord-Gruppe gesehen von der FSK, Uncut The Killer ab 18. Aber dann kam irgendwie das Gerücht auf, dass das wohl doch ein Bootleg sein soll. Also da bleibe ich auf jeden Fall dran, weil das wäre interessant. Also es gibt auf Bootlegs halt, das ist natürlich nichts, was wir unterstützen. Auf Börsengest siehst du, da liegt auch rum. Ich hätte halt, was ich halt, also es gibt ja eine Hongkong-Edition, die, ich weiß gar nicht, ob es auch sogar 4K ist, aber da sind halt auch die taiwanesische Fassung drauf und die, unsere Uncut-Fassung. Und da gibt es ja auch ordentlichen Unterschied. Bei Hardboiled auch, ich glaube, das sind sogar, bei Hardboiled sind es sieben Minuten, bei Killer sind es glaube ich sogar noch mehr. Kann man auch auf diversen Seiten nachlesen, was jetzt alles fehlt. Aber da hätte ich einfach gern eine richtige, schöne Edition in der Hand. Ja, das wäre schön. Ansonsten Horror-Krams, was habe ich mir Horror-Krams? Habe ich mir angeguckt, das, was wir besprechen und, was war das letzte? Ach nee, ich habe nochmal C2 Killer-Insekt geguckt. Nicht Killer-Insekt, sondern C2 Killer... Ach jetzt, C2. C2 Killer-Dingsbums. Genau, Killer-Dingsbums mit Mega-Infekten, die immer noch sauglich sind, aber halt... Doch, es ist Killer-Insekt, der von 93, der, ne? Genau. Ja, ja, Killer-Insekt. Cool. Ja, ich habe es jetzt mal schon angepriesen, der ist echt gut. Aber du musst halt die Dialoge ausschalten, die sind halt echt sacke-dämlich. Ach, egal, ja. Aber die Effekte sind fett. Ja, alles handgemacht hoffentlich oder Crab-CTI? Ja, ja, ja. Nee, 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 alles handgemacht. Sehr gut. Sonst, ja, ich geier zwar, als man war ein bisschen rum, ob ich auch mit Collector jetzt vielleicht nochmal eine schöne Doppelnacht einlege. Aber, ja, es ist einfach auch teilweise viel zu warm. Da schaltet sich das Gehirn nochmal mehr ab und sagt, ey, guck einfach irgendwas. Ja, manchmal ist das so, das stimmt. Gut, sollen wir zu unserem Ersten kommen? Ja, machen wir, machen wir. Okay, und zwar The Tank. Ab dem 1.9. auf DVD-Blu-Ray im Stream gibt es schon seit dem 24.8. geht 100 Minuten, hat eine FSK 16. Buch und Regie kommt von Scott Walker, der auch Frozen Ground, ich muss schon sagen, verbrochen hat. Zum Inhalt macht. Standing-Cage-Film? Ja. Ja, 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 okay. Zum Inhalt, Ben und seine Family erben ein Haus an der Küste und vor dem Haus gibt es einen unterirdischen Wassertank und darin haust das Böse. Das ist eigentlich so umrissen. Ich glaube, groß ist das nichts. Es spielt halt 1978 und ich frage mich, warum. Ja, eben, habe ich mich auch dann teilweise gefragt. Doch, am Ende springen wir doch nochmal. Das ist, glaube ich, der Grund. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich es ausgesprochen habe. Am Ende, das ist kein Twist, das verrät nichts, sehen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie 30 Jahre später eine kurze Szene. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Okay, ja, stimmt. Ja, aber es ist völlig irrelevant, ja. Okay, und dass sie vielleicht keine Handys im Wald benutzen können. Aber es ist eh egal, weil da kommen wir noch zu. Ja. Okay. Richtig. Trailer. Hat er dich angesprochen? Tatsächlich, tatsächlich ja. Ja, ähm, das sah an sich ganz interessant aus, ähm, weil das ist halt immer so ein bisschen die Hoffnung, okay, geil, da haust irgendwas, was auch immer da haust. Ich möchte es sehen. Ähm, und das war schon ein Anspruch zu viel. Ähm, das ist so ein bisschen das ähnliche Problem, wie mit dem, diesem Monsterfilm aus Asien, den wir da besprochen hatten. Ähm, ja genau. Genau, aber, ähm, dazu kommen wir gleich. Es hat mich angesprochen, weil ich die, ähm, die Grundidee eigentlich irgendwie ganz cool fand. So, weil es ist ja, es ist nicht dieses typische, okay, wir erben ein Haus, ähm, oder, oder Cabin in the Woods mäßig, ähm, also Cabin in the Woods Horror, nicht der Film direkt. Ähm, da ist irgendwie irgendwas Übernatürliches oder wir werden irgendwie von irgendwelchen Geistern heimgesucht, ähm, sondern der Haus ist einfach mal was unter der Erde, aber, ähm, ja. Was haben sie daraus gemacht? Hm, das ist die Frage. Ich muss sagen, der Trailer, als ich mir den angeguckt habe, dachte ich, oh nee, das sieht gut aus, das sieht interessant aus, das ist auch ein Setting, was mir gefällt. Ich liebe diese Filme, die an Küsten stattfinden, gerade so auch, wenn dann der Nebel hochzieht und Wald außenrum ist. Das ist schon was, was mich atmosphärisch echt catcht oder catchen kann. Und ich hatte mich auch echt drauf gefreut. Ähm, okay. Ähm, fangen wir erst beim Cast an. Wie, wie fandest du die, die Darsteller? Ich sag mal, ich sag mal solide. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das passt, das passt zum, und da kommen wir, da kommen wir bei Cube nochmal drauf, ähm, das passt alles so zusammen, Schauspiel und Film, sondern, ähm, Schauspiel fand ich okay. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das war eine Vollkatastrophe. So, ähm, die Hauptdarstellerin, Lucian Bukahan, entschuldigt, hab ich sonst vorher noch in keinem Film gesehen. Ähm, Matt Whelan ebenfalls nicht, aber die haben alle auch noch nicht viel gemacht. Also, Matt Whelan kenne ich tatsächlich aus Narcos. Ah, okay, im Serienbereich, ja, alles klar. Genau. Und die, äh, Lucian Buchanan heißt sie, ist bei Night Agent, aber ich hab Night Agent tatsächlich nie geguckt, obwohl's doch gut, gut immer weggekommen ist. Night Agent? Night Agent, ja, die Serie, äh, Netflix müsste das gewesen sein. Okay, die sagt mir nichts. Ich kenn nur diese Night, Night Dingsbums, ach, Night Agents. Also, ich kenn noch Night Manager, ich hab erst kennengelernt. Genau, der ist ja, die Serie ist fantastisch, die ist aber mit Loki, ja, richtig. Okay, nee, Night Agent hab ich nicht gesehen. Ja, Netflix. Ah, ich muss sagen, ich hab am Anfang gedacht, ach, nö, das ist halt, ja, ist halt so der Klassiker, ne, dieses nette Pärchen mit Kind, erben was, denken juhu, endlich ein Sechser im Lotto und das fand ich ganz okay. Aber es kann ja nicht sein, dass das locker über eine halbe Stunde braucht, bis damit irgendwas passiert. Ja, das, da hab ich noch gedacht, okay, es ist jetzt nicht ganz uninteressant, was los ist, aber du sitzt da und erwartest in einem, ja, in einem Horrorfilm, dass da zumindest schon mal so ein bisschen was los ist. Aber bis es dann wirklich zu irgendwas kommt, hast du locker 30 Minuten. Ja, dauert leider sehr lange. Ja, ist die, ja, sprich. Es wird, also die Charaktere, wie wir sie kennenlernen, ist okay, aber, ähm, rechtfertigt nicht die lange Laufzeit vorher, ähm, das haben sie dann, hätte man ein bisschen, hätte man ein bisschen weg, ähm, kürzen können. Das wäre schnittiger gegangen. Ja. Definitiv. Und, ja, okay, gut, ich dachte noch so zwischendrin, als man nachts dann diese Schreie hört, ach, naja. Äh, oh, ich hätte, ich hätte, das sind so Sachen, ja, da bin ich echt mäkelig geworden, da hätte ich es ganz so ein bisschen subtiler gehabt. Aber ich muss sagen, das hätte jetzt nicht jetzt nicht dauernd sein müssen, aber kommen wir direkt zu dem, was da unten im Tank lebt. Da macht man jetzt auch kein groß, langes Geheimnis drum. Wie fandest du das Monster? Äh, generell, wenn man, wie gesagt, ich hatte ja schon auf, darauf angespielt, dass man es nicht so oft sieht, wenn man es mal gesehen hat, dann fand ich es ziemlich cool, tatsächlich. Das hat mir, hat mir schon gefallen. Das Problem ist halt, ähm, ja, es ist, es spielt viel bei Nacht und wir wissen oft in, in Filmen, die nicht super high budget, hoch budgetiert sind, man nutzt die Nacht gerne mal, um zu verschleiern, um Geld zu sparen. Und das ist hier meiner Meinung nach auch das Problem, wenn, wenn sie absteigen runter in den Tank, da ist es nun mal dunkel, ähm, man sieht nicht so viel, ist es dann auch relativ wild geschnitten, ähm, auch im Wald war es auch nachts, ähm, und wenn man es gesehen hat, hat es mir wirklich gut gefallen. Also nicht, also es war inspiriert von vielen Dingen, die man schon gesehen hat, aber es hat mir gut gefallen. Ich hab's gesehen und musste direkt an Stranger Things denken. Ja, natürlich. Ach, guck mal, Gorgon, spielt auch mit. Ja, und der kann sogar lachen, weil zwischendrin tut er es tatsächlich. Aber ich fand es nicht so schlimm, ich dachte nur, ja, okay, gut, schauen wir mal, was draus wird. Und die Szene im Wald zum Beispiel, die fand ich gar nicht so arg schlecht. Nee, schlecht nicht, nee, nee, das geht nur darum, dass man es wenig sieht aufgrund der Dunkelheit, aber das war besser als alles, was im namensgebenden Tank gespielt hat. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch schon, du auch bestimmt schon tausendmal schlechtere Schauspielerei gesehen, aber es kommt einfach keine große Interaktion zustande zwischen dem Zuschauer und dem, was auf der Glotze passiert. Also, zwischendrin war es mir halt auch immer wieder egal. Ich dachte, hoffentlich frisst es jetzt egal wen, Hauptsache es wird jemand gefressen. Ja, Hauptsache es passiert mir was. Also, ich habe jetzt auch, bei dem habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier das super krasse Splatterfest bekommen, da so bin ich gar nicht ran. Dafür war der Trailer und so die Prämisse hat das weniger hergegeben, also zumindest vermuten lassen. Ähm, sonst würde man noch mehr enttäuscht werden, aber das hat mir, das hat mir, dass was passiert ist, war okay. So, was man gesehen hat, was passiert ist, ähm, was das Monster anrichtet, aber es war eher so ein bisschen Inszenierung, Schrägstrich Drehbuch, was, was da gehakt hat. Ich kann mir vorstellen, dass einige denen doch, dass sie einigen, die vielleicht nicht so viel weg konsumieren, wie die Gestörten, dass sie denen eher, ähm, vielleicht ganz gut gefallen wird, so im mittleren Bereich, das denke ich schon. Leute, die nicht viel gucken, die stoßen auf das Ding bei Prime, Netflix, sonst wo und haben vielleicht eine gute Zeit, ähm, aber so Horrorvielgucker oder, oder abseits des Mainstreams und, ähm, ja, werden wahrscheinlich eher, ja, mit den Achseln zucken und den Film gucken und dann das auch wieder vergessen haben. Genau. Wie fandest du den Gore-Anteil? Ja, war in Ordnung, Effekte waren auch okay, ähm, wie eben schon gesagt, es war ja nichts, was ich erwartet habe, ähm, von daher war es alles völlig in Ordnung. Es hätte vielleicht ein paar mehr Opfer geben können, so, so drumherum. Ja. So, dass man vielleicht ein bisschen mehr gesehen hat, was das Viech so drauf hat, außer, ähm, im Wasser sich zu drehen, als würdest du vom Krokodil gepackt werden, das hat man, ja, hätten sie ein bisschen anders lösen können. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, wie heißt es denn, Kollateralschaden. Ja. Absolut, da hab ich auch gedacht, da habt ihr euch echt leider zu wenig rausgesucht. Hast du What-the-Fuck-Momente, wo du denkst, hat mir besonders gut gefallen oder fand ich so dermaßen Panne, dass ich mich gekugelt hab vom Fernsehen? Gab's da ein paar Sachen bei dir? Äh, ja, nö, 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 nicht so richtig. Also ich hab zumindest gehofft, dass wenn es in den Tank runter geht, ähm, wenn der mal zwischendurch mit Wasser befüllt ist, dass da ordentliche Spannung auf, ähm, aufgebaut wird. Hat leider nicht so funktioniert. Ähm, und wenn ich so an Höhlen denke, äh, an Höhlen, an, ja doch, Höhlen oder ähnliches, mit Taschenlampen gespielt, dann haben wir eigentlich, dann denke ich immer gleich irgendwie an The Descent. Ähm, das kommt mir direkt an, weil ich den so fantastisch finde und das ist halt ein gutes Beispiel, natürlich ein ganz anderes Setting, ein ganz anderer Film, aber, ähm, wenn man in engem Raum, ähm, mit Dunkelheit spielt, auf sowas hab ich gehofft und deswegen hab ich leider, war das immer so die Ernüchterung eher, die sich immer wieder, die sich immer mehr gezeigt hat hinten raus nach irgendwelchen Szenen, Auflösungen. Die Szene im Auto im Wald, die war so ein bisschen mein kleines Highlight, weil die war gut gemacht, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hab so, ich hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, also der Vater, der keine Ahnung hat, geht runter in den Tank, der noch nicht richtig befüllt ist und dreht einfach an irgendeinem Ventil und guckt, was passiert. Ja, da hab ich noch gedacht, und was machst du, wenn das jetzt Gas ist, was du gerade eben aufgedreht hast? Ja, da hab ich schon, hm, okay. Da war ich dann aber auch, dachte ich, okay, gut, jetzt sei ich nicht ganz so kritisch, aber es ist halt nicht das Einzige, weil es kommen noch zwei Aktionen, die zumindest bei mir echte Lachflashes hervorgerufen haben. Und zwar einmal versuchte MacGyver-Papa irgendwann die Höhle, also diesen Tank unten zu sprengen, ist aber mittendrin. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er opfert sich jetzt für die Familie, sondern er wollte zwar einen Zwischengang sprengen, aber ich kann da nicht einfach da mit irgendwas runtergehen. Und vor allen Dingen, woher wusste er, wie man Sprengstoff anrührt? Ähm, wer hat MacGyver geguckt? Obwohl, das war 78. Das war 78, dann wird's schwer. Vielleicht hat er, Cobra, übernehmen Sie. Ich weiß gar nicht, oh boah, das ist das 80er schon? Ich weiß nicht, da hast du recht. Und er kann das halt. Punkt. Okay, okay, abgehakt. Okay, dann die andere Frage. Irgendwann muss die Ehegattin auch in diesen Tank. Die bandagiert sich die Arme, kippt Benzin drüber und in dem Moment dachte ich, okay, jetzt geht sie runter in den Keller und dann gibt's einen Muay Thai Fight mit brennenden Bandagen. Geil, hab ich Bock drauf. Aber sie macht sich natürlich auch eine Fackel und nimmt dieses Benzin mit runter. Aber der Tank ist geflutet. Das heißt, sie springt mit ihren Benzingetränken-Bandagen und allem anderen einfach fett ins Wasser. Das heißt, AKA ist alles für den Arsch, außer die Fackeln. Ja, also da hab ich noch gedacht, okay, gut. Und dass du dieses Ding da einfach ins Wasser pfefferst, ist vielleicht auch keine wirklich prickelnde Idee. Und ja, ich war bei beiden Sachen sehr belustigt. Also ich hab noch gedacht, um Gottes Willen. Ja, das sind so Stirnklatsch-Momente. Aber sie zeigen's halt, weil ich weiß, wenn sie's einfach, aber sie zeigen's halt immer noch in großer Form, wo ich mal denke, okay, die Regisseur jetzt sagen, guck, wie du, oder, ähm, ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt so schade. Das ist wieder so ein Potenzial-Film. Das ist nicht so ein Film, wo man guckt, okay, total schaden, sondern so ein Film, wo man denkt, okay, der hätte Potenzial, wenn sie ein bisschen die Stellschrauben verändert hätten. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen so ein, ach, schade. Ja. Irgendwie, wenn man, wenn man so ne, wenn man so ne 5 plus aus der Grundschule mitbringt und sieht, irgendwie, man hat um halben, um halben Punkt irgendwie die 4 vergeigt. So, so ist dieser Film. Die haben sich einfach zu viele kleine Schusselfehler erlaubt. Und das ist schade, weil der ist gut gedreht. Der hat, wie gesagt, ich finde, ein gutes Setting. Okay, gut, mit dem, wie gesagt, mit dem Tank kann man jetzt sagen, ein bisschen Ideen los, aber es erstreckt sich ja auch unterm Haus. Und da hätte man deutlich, deutlich mehr draus machen können. Ja, definitiv. Also, ich, ich fand's nett, aber auch wieder vergessenswert. Aber trotzdem ärgert man sich so am Ende, wenn man denkt, hey, da hättet ihr echt mehr draus machen können. Das ist schade. Das ist liegen gelassenes Potenzial. Ja, das ist genau das. Ich glaube, mehr braucht man da gar nicht. Nö. Mehr braucht man da gar nicht sagen. Und, ähm, ja, keine 100 Minuten, sondern bitte 90. Das ist ja das klassische, genau. Dieses klassische, der klassische 90-Minüter, der da wäre vielleicht noch ein Tucken besser, weil er ein bisschen besser getaktet ist. Ja, da hast du nicht so viel Leerlauf zwischendrin. Das stimmt, ja. Dem hätte die Würze etwas gut getan. Hast du noch irgendwelche Keller-Horror-Filme, die du als Alternative empfehlen möchtest? Tatsächlich, wie gesagt, ich hab, auch wenn es einfach ein komplett anderes Genre ist, ich musste irgendwie an The Dissept denken. Keine Ahnung warum. Guckt euch den an. Ähm, da geht es mir halt nur um die Dunkelheit, um Viecher in der Dunkelheit. Ähm, und dann hab ich die ganze Zeit schon, ich hab, ich hab einen im Kopf, aber es tut mir leid. Ich bin einfach wahrscheinlich zu dumm. Ich hab, ich bin nicht drauf gekommen und hab ihn nicht gefunden. Ähm, vielleicht werde ich den irgendwann nochmal nachwerfen, wenn ich weiß, wie er heißt. Das ist auch, das ist auch irgendwie im Keller und da ist irgendwie ein Loch, die Kinder finden da ein Loch. Ich weiß aber nicht mehr. Und den fand ich, glaube ich, ganz gut, als ich den gesehen habe. Also mir wird jetzt spontan tatsächlich nur The Hole einfallen. Ist das der vielleicht? Ja, das werde ich, das werde ich vielleicht später mal recherchieren und irgendwann, ähm, irgendwann nochmal nachsteuern. Ähm, tatsächlich hab ich, nee, hab ich, hab ich nicht. Ähm, äh, ich hätte. Also außer diese Keller, außer diese Geisterkellerfilme, ne, wo, wo, wo viel, viel im Keller passiert, weil irgendwann sind die Geister, die Monster, die, die Killer mal kurz im, äh, die, ähm, die Killer nicht, die Keller. Mal kurz im Keller, aber alles, was so sich nur auf den Keller, ähm, reduziert, ist mein Hirn leider hängen geblieben. Hab ich leider nichts. Ich hab mir tatsächlich Crawl noch rausgeschrieben. Ah, natürlich. Das sind jetzt Alligatoren, aber, äh. Ja. Aber es spielt auch im Keller, ist auch okay. Ganz klar natürlich Evil Dead, da haben wir auch, Keller ist eigentlich auch eher, aber wobei, naja, es war ja 50-50. Das ist das, was ich meine, dass, ähm, Evil Dead spielt sich ja überall ab in dem Haus. Na klar, dann hast du natürlich Evil Dead Remake, Evil Dead Original, ähm, naja, das, das, das ist richtig, aber ich dachte so etwas, was nur so im Keller, wo die Gefahr nur im Keller ist, oder im Tank, ähm, aber ja, The Hole kann tatsächlich sein. Hab ich aber nur einmal geguckt, ähm, aber ich glaube, jetzt, wo ich grad bei Letterboxd sehe, den, es war zwar Joe Dante, aber der war dann doch gar nicht so gut. Hm. Hm, also ich hab noch, was ich mir noch aufgeschrieben hab, war Creep, der ist zwar auch, Franka Potente? Ja, ja. Ja, der, oh, den, oh Gott, das ist ja so lange her. Spielt zwar im, im Untergrund, aber hat halt auch was mit Monster, dachte ich, oh, gut, aber der, der war wirklich nicht schlecht. Also, den fand ich mal. Ja, 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 das stimmt. Creep, oh, das ist, ähm, da kommen wir, da kommen wir bei, bei Cube gleich, gleich noch drauf. Ähm, den hab ich, glaub ich, zusammen mit, ja, mit Cube das erste Mal 14, 15 oder so, mir reingezogen an ein, zwei Abenden. Ja, stimmt. Der ist ganz cool. Ja, das stimmt. Ich hab den auch schon ewig nimmer gesehen, aber. Ach, was ist denn mit Dings? Ach, dafür müssen wir, darf man darüber noch reden hier, mit der, der Vogelscheuchenkiller, ähm, Jeepers Creepers, das ist ja so, der Regisseur hat ja so, ähm, ist ja so skandalös, ähm, aber das spielt doch auch in dem, in dem Keller unten. Hä, ja, 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 es ist aber trotzdem, ich mag den, ich mag die ersten zwei Teile, mag ich trotzdem. Es sind für mich, ist der erste ein, ein, ein super Horrorfilm. Und, ja, ja, mögen tue ich den auch, können ja nix dafür, dass der im Nachhinein plötzlich, oder dass sich herausgestellt hat, das wusste ich lange nicht, dass der Regisseur so ein, ja, ist wie er ist. Und machen wir keine Werbung für ihn, aber das sind so die Sachen, genau. Ja. Okay, so mal. Zum Nächsten? Machen wir. Gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Film, und zwar gibt es ein Cube Remake. Normalerweise kopieren ja immer gern die Amerikaner, aber diesmal sind es die Japaner, die sich einen Stoff adaptiert haben. Darüber quatschen wir mit unserem Special Guest, hallo Dom. Hallo auch. Habt ihr die Referenz aufs Original nicht verstanden? Nee, es hat sich eher angehört wie Predator im Stimmbruch, aber ich weiß, was du ungefähr gemeint hast. Ja, 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 klang ein bisschen wie Zungensperre, aber egal. Ja, freut mich hier zu sein und ja gut, dass wir diesen Film besprechen, aber ich kann schon mal sagen, ich mag das Original sehr gerne und ja, freue mich hier drauf. Genau, dann kommen wir doch erstmal zum Original, für die, die es nicht wissen, der Originalfilm erschien 1997, ging 90 Minuten rum, hat gekostet 365.000 kanadische Dollar und hatte ein Einspielergebnis von 8,9 Millionen und wurde von Vincenzo Nathalie gedreht. Genau. Der ist ja heute ein bisschen, bisschen, bisschen bekannter auf Ingenzo Nathalie heute, hat ja dann solche Filme gedreht wie Splice, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe und hier für Netflix auch Im hohen Gras von Stephen King, hat auch ein paar Folgen Hannibal inszeniert, ist also von der Serie Hannibal, ist ja ein guter, versierter Mann im Horrorbereich geworden heute, würde ich sagen. Ja, also von Cube gab es da noch zwei Fortsetzungen, das eine war ein Prequel. Ja, kommen wir doch erstmal zum Original. Kennt ihr das Original und die Fortsetzung? Ja, alles, alle drei. Und den dritten, den habe ich, glaube ich, mal irgendwie nachts oder so auf Tele 5 aufgenommen, also der heißt ja Cube Zero und erzählt eben die Vorgeschichte und mündet am Ende dann auch in den ersten Teil. Den habe ich einmal geguckt, ich weiß noch, dass der ultra brutal ist und dass da eine mega überzeichnete vorgesetzten Figur drin ist, die so drüber war, dass ich den schon wieder geil fand, aber den Film an sich, ja, kann man sich trotzdem schenken, würde ich sagen. Also vielleicht einmal und dann ab dafür. Das Problem an Cube Zero ist, das ist halt der Teil, da wird erklärt, was passiert hinter dem Cube, hinter dem System. Genau. Und das will ich nicht wissen, das ist mir scheißegal. Ja, ja, ja. Also, ich will nicht wissen, dass da tatsächlich Leute sitzen und Knöpfe drücken und das dann, also, das zerstört irgendwie den Zauber dahinter. Naja, kümmern wir uns erstmal ums Original, würde ich sagen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, ich habe mir auch keine Fortsetzung angeguckt, ich habe den ersten Cube sogar im Kino gesehen, das war auch nur ein Zufallsding, wir standen vorne dran, wussten nicht, was wir gehen, dann meinte ich, naja, guck mal, da ist ein Würfel, der killt Leute, alles klar, da gehen wir rein. Und da war man dann halt auch drin. Okay, was haltet ihr vom Original? Ich mag das Original sehr, sehr gerne. Ich habe auch, also, ich schreibe ja auch für ein Online-Magazin, moviebreak.de, genauso wie der Kollege Stu. Schöne Grüße an dieser Stelle. Bin gespannt, wann du hier mal aufschlägst. Da habe ich im Horror-Oktober, wo wir einen Monat lang wirklich nur Horrorfilme besprochen haben auf der Seite, vor vier Jahren ist das auch, glaube ich, schon wieder fast gewesen, habe ich den ersten Film besprochen, dann auch nochmal natürlich vorher gerewatcht und ich mag den sehr, sehr gerne. Was ich halt sehr schön an dem Film, das ist zum einen ein Genrefilm, bei dem man theoretisch sich einfach nur auf dieses Szenario einlassen kann oder aber, ja, man kann natürlich auch ein bisschen verkopfter da herangehen. Aber das Schöne ist, wenn man das eine oder das andere nicht tun möchte, dass es dann dem Vergnügen in meinen Augen keinen Abbruch tut. Ja, kann ich mich fast anschließen. Ich mag den auch ziemlich. Ich habe den irgendwann mal, boah, da war ich so 14, 15 oder so, mir von einer Nachbarin ausgeliehen und einfach reingeschmissen, ohne zu wissen, was es ist. So, das ist so dieses, man guckt drauf, irgendwie sieht es ein bisschen nach Horror aus und dann wird das schon passen. Und ich fand ihn auch damals schon richtig, richtig, richtig gut, weil der einfach wirklich Spaß macht, weil man kann miträtseln, man versteht irgendwie gar nichts, dann sind die Fallen, die machen Spaß, so, das ist ja dann noch weit vor, weit vor Saw gewesen, so. Direkte Inspiration eventuell auch, oder indirekte. Mit den Fallen, ja, ja, mit Sicherheit, ja, und mir hätte der wirklich viel Spaß gemacht und auch die Auflösung und der Weg dahin ist einfach gut gelöst und vor allem für dieses kleine Budget, das sind irgendwie 250.000 Euro ungefähr, habe ich gerade mal geguckt und die haben alles nur in einem Würfel gedreht. Und irgendwie in einem, was steht hier, 4,3 mal 4,3 Meter. Genau, irgendwie auf einer Soundstage, oder was haben sie das aufgebaut. Voll geil, ey. Es ist eigentlich immer derselbe Raum, den sie dann einfach mit unterschiedlichen Farben ausgeleuchtet haben. Genau. Mehr war das nicht. Also. Schon beeindruckend. Also, vor allem an dem Film ist halt auch so bemerkenswert, äh, äh, also, klar, manchmal merkst du schon, dass das wirklich ein, ja, fast schon Studenten, äh, Werk noch irgendwie ist, ne? Also, es gibt einige Anschlussfehler und ein bisschen auch unbeholfene Sachen, so handwerklich, wobei die Kamera eigentlich auch schon sehr kompetent ist in diesem wirklich begrenzten Raum, ne? Was ja auch ein Gefühl der, der Klaustrophobie schafft und, ähm, ja, die Schauspieler sind auch so eine Sache für sich, ne? Also, da sind welche bei, die overacten vor allem gegen Ende so sehr, dass es schon ins unfreiwillig Komische abgleitet. Ähm, aber alles in allem ist es ein wirklich guter Genrefilm, der auch für sich genommen, also, äh, gemessen an den Gegebenheiten durchaus, also, für die Verhältnisse relativ gut gealtert. Das ist, und den kann man sich heute noch super ansehen. Dann wird es ja wirklich interessant, weil ich war im Kino gesessen und dachte, was ist denn das für ein langweiliger Quatsch? Warum stirbt da keiner? Und warum geht nicht die ganze Zeit irgendwas rund? Und der Rest interessiert mich nicht. Ich will nicht wissen, was da und wie. Ich will nur sehen, wie ihr von einem Raum versucht, in den nächsten zu kommen. Und das Ganze drumherum hat mich damals echt, also, es hat mich wirklich immens gelangweilt. Ich, weil, hätten die anderen nicht gesagt, komm, lass, vielleicht wird es ja noch besser, wäre ich, glaube ich, auch aufgestanden und wäre raus. Ich fand das echt gähnend, ätzend. Jetzt nicht irgendwie schlecht gemacht, das fand ich nett. Für das Budget Hammer, alles gut. Aber, ja, diese Interaktion und dann, manchmal hatte ich so wirklich so dieses Gefühl, Hauptsache, ich ziehe jetzt noch ein bisschen Substanz raus, um das Ganze über den alltäglichen Horrorquatsch zu stellen. Und das Einzige, was es bei mir wirklich angeregt hat, war es gähnen. Okay, das ist schon ein bisschen schade, weil ich kenne durchaus auch Leute, die ein bisschen genervt sind so von den Figuren. Da muss man ja auch sagen, die sind ja auch alle relativ, ja, klischeehaft, rudimentär, aber auch irgendwo funktional gezeichnet. Und, also, da sind noch andere tatsächlich eher angeödet von mitunter, was sie da versuchen, auf diesem minimalistischen Raum zu erzählen, auch die Figuren zu erzählen. Es ist aber durchaus auch genretypisch und ich hab, ich hab eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass der Film auch abseits von diesem, ich sag jetzt mal, äh, in Anführungsstrichen Verschwörungsplot, der da immer mal wieder so auf, äh, deucht, äh, dass der trotzdem als guter Genrefilm eigentlich auch funktioniert. Für dich also nicht so sehr. Null, ich fand den auch nicht spannend. Ich hab nicht mitgefiebert. Ich hab nix gegen eine Art Kammerspiel, um Gottes Willen. Das kann richtig gut sein, richtig intensiv, richtig mit Impact. Aber da war es richtig mit Langeweile. Okay. Schade. Ja, ich hab mir auch, es ist gut, ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren mal wieder angeguckt, als er auch irgendwo im Fernsehen kam, dachte ich, oh komm, guckst du noch mal rein, vielleicht findest du ihn jetzt gut. Und es war genau dasselbe. Ich hab ihn mir zwar bis zum Ende angeguckt, aber ich saß wirklich von und dran und dachte, uh, warum kann ich jetzt nicht vorspulen? Aber gut, so sind halt die Geschmäcker. Gehen wir zum Remake. So, das Remake stammt aus Japan, erscheint am 31.08. auf. DVD hat eine FSK 16, geht 109 Minuten, Regie führte, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ja, Shuhiko Shimizu. Den Cast, ähm, haben wir Tokio Emoto, den gibt's auch bei Outrage von Kitano, Masaki Okada, kenn ich auch aus Geständnisse tatsächlich, den Rest kenn ich nicht und kann ich auch wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Wer möchte eine kurze Inhaltsangabe machen? Möchte unser Gast? Ach ja, warum nicht? Ja, es ist eigentlich schnell umrissen. Es ist im Prinzip die ähnliche oder sehr ähnliche Handlung zum kanadischen Original. Ähm, ein Haufen einander völlig Fremder wacht, äh, unvermittelt auf in einem Komplex aus würfelförmigen Räumen und, äh, sie wissen nicht, wie sie dahin geraten sind, sie kennen einander nicht, sie haben auch keinerlei Wertgegenstände oder sonst bei sich, sondern eigentlich nur so, äh, Kleidung, die schon eher was von, von Gefängnissen hat. Und, äh, sie stellen aber fest, dass diese Räume um sie herum allesamt mit Fallen gespickt sind und versuchen dann verzweifelt nach draußen zu kommen und, ja, so funktioniert das Ganze, vor allem dann gruppendynamisch schaukelt sich das Stück für Stück hoch, äh, die werden natürlich auch, äh, konfrontiert mit, äh, ja, so Dingen wie Misstrauen, äh, Schlafentzug, Übermüdung, Verzweiflung etc. Eigentlich alles, was so das Schlimmste im Menschen hervorbringt, äh, passiert so nach und nach in diesem Film. Vielen Dank, wunderbar. Was habt ihr gedacht, als ihr gehört habt, es gibt ein Cube Remake? Till? Hm, naja, also, ich war skeptisch. Also, das Ding ist ja, normalerweise machen die Amerikaner, schnappen sich asiatische, ähm, mit Vorliebe aus Japan stammende Filme und verhunzen die, so. Ähm, und diesmal ist es halt so, dass die Japaner sich gedacht haben, ey, wir nehmen uns mal einen kleinen amerikanischen Schrägstrich, eigentlich ja kanadischen Film, ähm, und machen selber mal ein Remake draus. Wahrscheinlich eher aus Rache und nicht, weil sie was Gutes abliefern wollten. Ähm, das hab ich zumindest so im Trailer so ein bisschen erahnen können, ähm, aber ich war dennoch interessiert. Ähm, in der Hoffnung, dass sie, dass der Ansatz vielleicht sich deutlich mehr, deutlich mehr distanziert vom Original, weil eins zu eins ist oft schwierig, weil man halt da ganz, ganz klar ein Vorbild hat und was auch noch funktioniert, für die meisten zumindest, ähm, oder für viele Menschen. Ja, ähm, ich hab mich trotzdem ein bisschen gefreut. Ich hab gehofft, ich hab auf schicke Fallen gehofft, vielleicht ein bisschen, ja, dass wir ein bisschen Blut sehen, ein bisschen Gore sehen. Ja. Ja. Punkt. Ja, äh, ich hatte schon vor einigen Jahren mal irgendwie gehört, dass da ein Remake kommen sollte. Äh, ich dachte, das mit, äh, Mace Runner hätte bereits gereicht, weil, also, Mace Runner war für mich immer so ein bisschen Herr, der Fliegen trifft auf Cube und dann zur Bundesgartenschau. Ähm, und, äh, ich ... Jawohl. Was? Ja, das ist ein gutes, ein guter Vergleich, ja. Naja, äh, ist auf jeden Fall auch davon beeinflusst und Mace Runner fand ich leider sehr lahm und dann dachte ich mir so, ach ja, vielleicht ein Remake, ähm, ich mein, nach so über 20 Jahren jetzt auch schon ist durchaus legitim und man kann ja vielleicht auch ein bisschen was verändern, äh, ich hatte zu der Zeit gar nicht, äh, äh, gewusst, dass das in Japan geplant würde und, ähm, das scheint auch eventuell so ein kleiner, neuer Trend zu werden, weiß nicht, äh, also, dass, dass jetzt ausländische, äh, äh, Produktionsfirmen sich amerikanische Stoffe, äh, greifen, weil, ähm, soweit ich weiß, wird in Indien auch ein Remake von, äh, Christopher Nolans Memento. Äh, entwickelt. Oh, okay. Hatte ich mal irgendwo, irgendwo gehört oder nicht, oder vielleicht doch nicht in Indien, vielleicht doch, egal. Auf jeden Fall sollte es ein, äh, Remake davon geben und, äh, ja, ähnlich wie hier natürlich dann eins zu eins mit, äh, der US-amerikanischen Vorlage im Hinterkopf. Ja, äh, hier, ja, ich, ich war durchaus gespannt, was die daraus machen. Dann kam mir so der erste Trailer und, äh, ja, da dachte ich mir dann so, wow, das sieht ja eins zu eins aus wie das Original. Und dann dachte ich mir so, ach ja, komm, äh, irgendwie interessiert es mich und ich spreche sehr gerne über den ersten Teil und das kann man dann in Verbindung mit dem ja auch machen. Von daher, ab dafür habe ich es mir angesehen. Ja, ich war mir nicht so ganz sicher. Ich dachte nur, okay, gut, es kann für mich persönlich nur noch entweder besser werden oder noch schlechter. Aber ich war wirklich interessiert, weil die ja qualitativ meistens, es gibt natürlich immer wieder ein paar Tiefschläge, aber doch schon wirklich gute Arbeit abliefern und sich auch mit, mit Gewalt und Gord nicht zurückhalten. Ja, normalerweise. Und, ja, also ich hatte gemischte Gefühle und dann habe ich ihn mir angesehen. Oh, weh. Und dann kommen wir doch gleich zur allgemein umfassenden Frage. Wie fandet ihr das Remake? Oh, ähm, ja, wie drücke ich das in einem Satz aus? Äh, oder ich, ich reibe mal einfach ein paar Adjektive aneinander. Äh, unmotiviert, uninspiriert, vergessenswürdig. Und, ja, belanglos in meinen Augen. Leider. Ja, das, ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ich hab mir überlegt, ob ich in mir, also wie gesagt, ich, äh, ich bin, ich bin nicht dieser, ich muss alles in OV gucken und dann ist alles besser. Ähm, aber das ist so ein Ding, den würde ich mir gerne nochmal im Original angucken. Weil allein die Synchronsprecher und mögen sie sonst einen guten Job machen, zumindest war das hier nicht so prall. Ähm, das Schauspiel war schon eher so, guck mal, wir gucken alle immer total blöde. Ähm, aber nicht so typisch asiatisch Overacting, sondern irgendwie sahen die alle immer nur aus, als wären sie belemmert. Und dann dazu entsprechende, ähm, Synchronarbeit hat das Ganze nochmal so ein bisschen untermauert. Ja, und das zieht sich so durch. Und, ja, ich war immer so, okay, jetzt kommt die nächste Falle. Oh, nee, nee, es sind nur Ventilatoren, die von oben kommen, die fliehen. Schade. Okay, jetzt kommt ein Laser. Okay, ne, da passiert auch nichts. Okay, jetzt kommt das. Ja, auch nicht. Ja, und wir haben diesen, diesen Einführungskill. Den gab's ja, ähm, im Original auch mit den kleinen Gittern. Und den hatten wir jetzt hier auch mit wirklich schlechtem CGI. Oh, ja. Ähm, das sah ja unfassbar mies aus. Ja, und das zieht sich dann halt leider so durch. Die Charaktere haben mich fast kalt gelassen. Ähm, also ich hab das Gefühl, dass der eine, wie hieß es denn, der Goto oder so, hab schon wieder den Namen vergessen, der hat irgendwie das, was man sich eher aufteilen könnte auf alle, ähm, an sich gerissen. Der war noch am interessantesten, weil wir so ein bisschen Backstory hatten. Und die, und die, ja, und die Frau, also es gibt hinten raus, gibt es, gab es ja auch im Original, gibt es eine Auflösung, die wir natürlich nicht verraten, aber die Frau ist durchweg, denke ich mir, hä, wollen die zeigen, dass die Frau da einfach nur völlig, völlig dumm ist? Äh, so, die guckt immer total doof. Ähm, es wird nichts mal angeteasert, ne, ist sie vielleicht geheimnisvoll? Ist sie vielleicht einfach nur egal? Ähm, in dem Fall ist sie wahrscheinlich einfach nur egal, hab ich mir gedacht. Ähm, das war so nervig, weil die steht, die sagt nichts. Die sagt einfach nichts. Guckt sich mal ein paar Matta-Aufgaben an. Ähm, das ist elementar in Cube, auch im Original. Und sagt dann einfach wieder nichts. Ne, was machst du denn da? Boah. Also, die spricht vor allem auch gefühlt jeden Satz in der gleichen Tonlage, wobei das ist, äh, also, äh, da würde ich jetzt auch nicht die Synchro schief ansehen, die muss man sagen, ist, ist, die Synchro an sich ist, so von einer, von einer Sprecherbesetzung, also, ich hab ja ein großes Fable für Synchronen, ähm, und hab ja auch schon den einen oder anderen hier interviewt, kann man gerne reinhören. Also, äh, also, äh, hier beim Tele-Stammtisch, ähm, die ist noch vergleichsweise gut, also, wenn ich zum Beispiel an so Tiberius-Filme, äh, denke, die sind da wirklich nochmal drei Stufen drunter und man hat hier wirklich bekannte Sprecher, also, vor allem die, äh, einzige weibliche Rolle, äh, das ist ja hier Gabi Pietermann, die spricht ja zum Beispiel Emma Watson oder, äh, Selina Gomez. Ja, ich hab gerade, als ich, ähm, als ich gesagt habe, die Synchronsprecher, ähm, machen diesmal vielleicht nicht so einen guten Job, aber vielleicht machen sie den, weil sie anhand der Mimik und des Schauspiels sich anpassen. Ja, wahrscheinlich. Das wird es wahrscheinlich eher sein, weil, na klar, das, äh, sind nicht nur irgendwelche, ähm, der hergelaufenen Synchronsprecher, die haben teilweise Rang und Namen, ähm, ähm, das wird vielleicht einfach das Schauspiel sein und die passen sich halt an, ähm, ähm, vielleicht ist, das wäre noch mehr Ankenny, wenn die, überragend synchronisiert dann mit dem Schauspiel, das würde wahrscheinlich überhaupt nicht passen, ähm, das wäre dann wie diese alten Lord of the Weeds Dinger irgendwie wahrscheinlich, nur anders. Aber nochmal zu der, äh, zu dem Mädchen, also, äh, ja, die ist halt irgendwie größtenteils Staffage, wobei ich sagen muss, und da weichen sie ja vom Original ab, beim Ende geben sie ihr ja nochmal so einen, einen, äh, dramaturgischen Kniff, wo man sich dann auch ein bisschen erschließen kann, warum die so handelt und warum die so vollkommen emotionslos agiert, ne? Das war so das einzige, ich glaube, das fand ich sogar das Beste am ganzen Film, also wirklich das Ende und nicht, weil es das Ende war, sondern weil das zumindest mal irgendwie ein bisschen eigenen Akzent gesetzt hat. Ob der einem jetzt gefällt und ob der hundertprozentig sinnig ist, sei mal dahingestellt, aber das ist das große Problem an diesem Film. Sie nehmen diese Vorlage und sie machen aus so vielen Sachen, die die Vorlage ausgezeichnet hat, fast gar nichts. Oder sie setzen es komplett uninspiriert und einfach, ja, faul umfasst schon, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, also, da ich das Original schon langweilig fand, war das ja echt die Krönung und es geht noch 29 Minuten länger. Ja. Ja, das ist schon, ja, das ist wirklich, ja. Am Anfang dachte ich, okay, wir steigen relativ gut ein, ich fand das CGI, ja, dadurch, dass es relativ kurz ist und so, dachte ich, naja, gut, das ist ein ganz netter Einstieg, schauen wir mal. Ja, aber wenn du das halt mit dem Original vergleichst, da ist ja derselbe Gag, dass jemand in Anführungsstrichen gewürfelt wird. Genau. Das bleibt im Original einfach viel mehr im Gedächtnis und es ist da vor allem wunderschön handgemacht und das mit diesem schmalen Budget. Ich sage nicht, dass es hier schlecht ist, aber zum einen ist es halt offenkundig CGI und zum anderen auch ein bisschen, ja, fast schon reißerisch inszeniert. Und das zieht sich durch den ganzen Film, vor allem, was auch den Musikeinsatz angeht. Weil die Musik von dem alten Cube ist sehr minimalistisch, die ist ja von Mark Coven, der hat zum Beispiel auch die Soundtracks zu sowas wie der Leuchtturm gemacht oder ich glaube auch The Witch. Und der hat da ganz simple Elektronikklänge und dann dieses und das ist einfach sehr viel atmosphärischer und immersiver und hier war es einfach nur, in manchen Szenen fand ich es unerträglich, aber ich kann schon mal sagen, es hat mich zumindest wach gehalten, weil dieser Film war wirklich so elendig öde. Ich habe mich lange nicht mehr so gelangweilt, muss ich leider sagen. Ja, wie gesagt, also sie haben einfach eine, ja, eine langweilige Eins-zu-eins-Kopie gemacht. Ja, das fand ich, ja, okay, am Schluss ist es ein bisschen anders, das fand ich dann auch noch ganz nett, aber ich war dann auch ganz froh, dass es dann wirklich vorbei war, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen. Aber dieses Overacting, das typisch Asiatische, das fehlt teilweise, aber ich finde jetzt nett, dass die Darsteller verhalten sich, finde ich, so böse es jetzt anhört, asiatisch-filmisch korrekt. Das ist ja eher zurückhaltend und das fand ich jetzt nicht so schlimm. Die Effekte, ja, waren okay, aber ja, der geht einfach lecken, der hat so viel Leerlauf zwischendrin und ich denke, oh, Gottes Willen, kann es nicht endlich, können ja nicht ein paar Fallen mehr einbauen oder noch eine andere Gruppe, die dann gegen diese Gruppe kämpft. Ja, vielleicht, vielleicht. Und hier, also ich meine, in dem alten Film ist das ja auch so, wie gesagt, die sind alle ziemlich reißbrettartig gezeichnet, aber die haben alle auch irgendwie schon ein bisschen Charakter und sie haben auch alle irgendwie einen Sinn und Zweck in der Gruppe. Und hier haben sie es, das hat ja Till schon angesprochen, sie haben halt irgendwie alle möglichen, sag ich jetzt mal, Aktionen oder Interaktionen auf eine einzige Figur gemünzt und dadurch sind die anderen, ja, nur so dabei, ganz ehrlich. Also vielleicht noch bis auf diesen Älteren, wobei das stört mich insgesamt auch, der alte Film war nämlich in der Hinsicht in Anführungsstrichen sehr viel diverser, weil da hatten wir nämlich zum einen zwei Frauen und da hatten wir auch eigentlich völlig alle Altersklassen. Hier ist das so, hier ist ein älterer Mann, dann haben sie ein Kind, gut, das weicht ab von dem alten Film und halt einen Haufen junge Leute, die so ein bisschen wirken, als wären sie beim Casting von Squid Game abgelehnt worden. Aber in dem alten hat das einfach noch viel mehr Facetten. Ich meine, da haben sie statt ein Kind haben sie einen Autisten zum Beispiel dabei in dem alten Film. Dann einer ist, äh, stellt sich heraus, dass der eventuell sehr viel mehr über dieses Ding weiß, als er zugeben möchte. Dann haben wir die Mathematikstudentin, die ja hier, äh, das ist die einzige Rolle, die hier noch so halbwegs funktioniert von diesem, ich weiß, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ist mir auch egal. Weil das war noch mit die beste Figur und vielleicht noch dieser ältere, äh, der, der da, äh, im Laufe der Handlung völlig austickt, den, boah, den wirklich, also, da hab ich mir teilweise gedacht, also, asiatisches Overacting hin oder her, aber ich dachte mir teilweise so, meint ihr das jetzt ernst? Also, ja, es ist, es ist leider so, es wäre, es ist, es ist schade, ähm, weil da hätte man, man hätte kreativer sein können einfach. Das ist, ähm, das ist einfach so, das ist eine verpasste Chance und da weiß ich halt auch immer nicht, ich frag mich halt oft, warum macht man so ein Remake? So, ähm, und meinetwegen, nimm, mach kein Remake, mach vielleicht einfach ein Reboot und mach, mach, mach was Eigenständiges. Aber, irgendwie ist das halt wirklich oft, dass es nicht funktioniert, so, und ich frag mich halt, warum? Ja, man hätte was draus machen können. Schon, schon, ja, immer. Die haben sich einfach nichts einfallen lassen. Die haben sich einfach nichts einfallen lassen, also ein bisschen was gegen Ende, aber ansonsten haben sie gesagt, komm, hier, Skript hast du ja eigentlich schon, filmst grad nochmal ab. Ist halt, ist halt das, was ich meinte, ne, dass sie eben, äh, es überhaupt nicht schaffen, Akzente zu setzen, wobei, was so paradox ist, ähm, wir haben ja, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber während der alte Film ja vollkommen minimalistisch ist und wirklich zu 100 Prozent nur in dieser Anlage spielt, hat der neue Film, also jetzt dieses Remake, äh, auch noch irgendwelche pathetischen Rückblenden und das Bescheuerte daran ist wirklich, die Charakterzeichnung ist noch rudimentärer als im Original und zugleich versuchen sie aber irgendwas Emotionales zu erzählen. Und das beißt sich so dermaßen und wirklich, also, äh, wie Till auch schon meinte, die, die Figuren waren mir alle komplett scheißegal und das ist in dem alten Film einfach nicht so. Wie gesagt, da, da gewinnt man auch jetzt keinen, äh, Blumentopf, was, was, äh, äh, Charakterzeichnung oder Entwicklung angeht, aber hier ist es halt, ist es halt irgendwie nahezu vor Nullpunkt und zum anderen wollen sie das dann aber irgendwie, ja, ja, emotional und tragisch und pathetisch und erfüttern und es funktioniert nicht und du denkst dir einfach nur, wann ist der Scheiß endlich vorbei, wirklich. Also, der hat sich gezogen wie sonst was und, äh, das, das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, dass der so wahnsinnig länger ist als das Original, aber das stimmt, das hatte mir nur so 89 Minuten, ne? Ne, das, ja, das Original haben wir 90 und hier haben wir 109. Ja, aber sie, sie erzählen dadurch irgendwie gefühlt mehr und gleichzeitig weniger, das ist, das ist so paradox daran, was mir vor allem auch nicht am Cube selber gefällt, ähm, das hatten wir, äh, Till, da hattest du ja grad schon drauf verwiesen, das ist ja das Problem von Cube Zero gewesen, dass man das Gefühl hat oder, dass dann gezeigt wurde, dass da Leute wirklich an Schalthebeln sitzen, ne? Wie in so einer Kommandozentrale. Und hier hatte ich das auch, aber ohne, dass es gezeigt wird, weil es war wirklich so, dass der Raum oder die Räume nicht nur einmal auf die reagiert haben, sondern auch teilweise völlig willkürlich. Äh, und da hatte man auch das Gefühl, oh, da drückt jemand gerade irgendwelche Knöpfchen und deshalb passiert jetzt das und das, deshalb werden die plötzlich getrennt und so weiter. Das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Und auch so generell die Optik, ich meine, der alte Film ist ja wirklich, hatten wir schon gesagt, low budget as fuck, aber, ähm, ja, er hat halt, also generell ist Cube halt, äh, äh, der beste Beweis dafür, dass man kein Megabudget braucht, um einen guten Film zu produzieren, in meinen Augen zumindest. Und, äh, hier hatten sie, ja, jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel, aber ich sag's ganz ehrlich, dieses ganze Produktionsdesign und so, also, natürlich war's größtenteils abgekupfert, aber es wirkte auch halt wie so eine Discount-Version, so ein bisschen, ne? Okay, ich glaub, wir haben genug über das langweiligste Teil von heut gesprochen, glaub ich. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch raushauen möchtet? Außer Alternativen. Nein, nein. Die, also, abgesehen, wenn man Svens Meinung ist, einfach das Original angucken. Ja. Ähm, ja, und die anderen beiden, mein Gott, guckt sie euch an und seht halt, was dabei rumkommt. Ja. Aber, das Original, das Original reicht. Ich würd's halt halten wie beim, äh, äh, geistigen Nachfolger, wie bei Saw, guckt euch den ersten an und scheißt auf den Rest. Hm. Also, ich, äh, würde sagen, guckt euch auch nicht das Original an, falls ihr sagt, ihr steht eher auf, auf mehr Pep, mehr Action, mehr Gore. Damit haben die Filme leider nicht so viel zu tun. Ich hätte als Alternative anzubieten, natürlich Saw, klar. Ja, dann auch den Collector, ja, gibt's auch ziemlich fiese Fallen. Oh, das, oh ja, auf jeden Fall. Escape Room 1, der hat mir tatsächlich gut gefallen. Der ist, äh, wirklich ganz nett. Ich, ich muss den zweiten noch gucken, tatsächlich. Hast du den auch schon gesehen? Ja, den fand ich nett so, das war mir alles. Ich find, die, die neuen, die neuen Fallen sind richtig gut, aber die Story hat schon ziemliche Saw-Vibes. Und da hat man echt wirklich versucht, wieder halt irgendwie was rauszuziehen. Also, wenn du deswegen in Fallen guckst, da sind ein paar echt witzige und echt gute dabei, aber die Story musst du echt ausblenden. Ja, ich, ja, die Story war aber auch schon der große Knackpunkt beim ersten Teil, weil da dachtest du dir auch so, vor allem dann dieser, dieser Cliffhanger, der dann irgendwie, äh, zwanghaft eine Fortsetzung herbeibringen musste, das, ja, gut. Aber ich werd mir mal ein Bild von machen, der ist ja momentan auch, glaub ich, auf Netflix, beziehungsweise beide auf Netflix, äh, Hashtag NoAd. Und, äh, ja, äh, guckt euch, äh, wie gesagt, sowas an oder gern den alten Cube, äh, der ist ab und zu auch mal auf, äh, diversen Streaming-Diensten verfügbar. Äh, der funktioniert auch heute meines Erachtens noch sehr gut und, äh, ja, ist zu Recht ein Genre-Klassiker, den man auch durchaus gerne remaken kann, aber dann doch bitte mit etwas mehr Ideenreichtum und, ja, äh, einfach, äh, Eigenständigkeit. Okay, Till, noch ein abschließendes Wort zu Q. Äh, ja, ähm, danke, Dom. Gerne. Nee, 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 alles gut, wir haben alles gesagt, ähm, und ihr habt die Tipps gegeben, die, ähm, ich, wenn ich, ähm, Escape Room hab ich nicht gesehen, aber ansonsten, ähm, hört auf Sven und Dom, die haben recht. Gut. So oder so. Bedanken wir uns recht herzlich bei unserem Gast. Gerne. Gerne wieder. Ja, vielen Dank. Und dann. Springen wir zum nächsten Film. So, nachdem uns unser Gast wieder verlassen hat, kommen wir nun zum letzten Film unserer bunten Allerlei-Kiste. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bashkin. Und zwar ist Bashkin ein Film aus dem Jahre 2015. Und zwar ein türkischer Horrorfilm. Bashkin bedeutet Überfall oder Razzia oder Und-Razzia. Der geht 97 Minuten, hat eine F-Scarp 18 und gibt's momentan auf Home of Horror, einem Amazon-Channel. Der erste Regie führte Cem Evrenol. Das Budget war bei 350.000 US-Dollar. Es basiert auf einem Kurzfilm. Und, Till, um was geht's? Ja, es geht um eine Truppe Polizisten, um eine Einheit, die, ja, sind nicht die sympathischsten Polizisten, die man da kennenlernt, möchte ich mal sagen. Und dann kommt es auf jeden Fall irgendwann dazu, also wir lernen die Truppe erstmal kennen, bla bla bla, aber es kommt irgendwann dazu, dass sie im Endeffekt für sie selber die Hölle aufstoßen, indem sie ein vermeintlich verlassenes Gebäude entdecken. Und treffen dort auf, ja, wie nennt man's, ja, einen relativ verrückten Kult und dem heißt es, ähm, zu entkommen. Genau. Ja. Kurz und knackig. Das ist, genau, kurz und knapp, wie sie da hinkommen, sieht man dann, ähm, genau. Genau, ja, das ist, ähm, so viele, die ich kenne, ähm, kennen den tatsächlich nicht, den hatte, den hatte ich vorgeschlagen und gehofft, ähm, er kommt gut an, ähm, und bevor, bevor es weitergeht, man, es gibt mehrere Channels tatsächlich, ähm, Shada on the United States ist das, a bloody movie, ähm, auch im deutschen Amazon-Channel, da gibt's den auch noch, manche haben ja die Testphasen schon ausgereizt, dann hat man da wenigstens noch eine Alternative. Okay, wie kamst du auf diesen Film? Ich habe den irgendwann zufällig entdeckt, ich glaube tatsächlich, ich hatte mal eine Phase, ähm, wo ich noch nicht so dediziert, so gezielt gekauft hab, mittlerweile bin ich ja, ähm, eher so, dass ich sage, okay, ich gebe für einen Film ein bisschen mehr aus, weil ich Mediabooks liebe, aber früher hab ich halt wirklich bei, bei Rebuy und Co. geguckt, alles klar, was kostet, was weiß ich, unter drei Euro und dann hab ich einfach gekauft, gekauft, gekauft und, ähm, da war der dabei. Hm. Und, ja, ich hab dadurch auch leider neben, ab und zu so ein paar Sachen gekauft, die halt relativ mies waren und der war dabei und der hat mich sehr, sehr überrascht. und dann dachte ich mir, ähm, ich schlag den doch mal vor. Ja, als du... Kannst du den? Ich, bei mir war es tatsächlich so, also ich hatte von ihm gehört und ich hatte noch irgendwo im Hinterkopf, dass der gar nicht so schlecht weggekommen ist. Aber, grad, ich hatte noch nie einen türkischen, also doch, ich hab schon mal einen türkischen Film geschaut, aber keinen türkischen Horrorfilm. Und ich war tatsächlich wirklich sehr, sehr überrascht und sehr, sehr angetan, wie gut der ist bei diesem geringen Budget. Ja. Ja. Das ist doch schön. Dann haben wir doch nach dem, ähm, Low-Budget-Cube jetzt ein Low-Budget, ähm, Bashkin, oder wenn der so ausgesprochen wird, ähm, der dir dann gefällt. Das freut mich. Ich war ja so ein bisschen, wenn man, wenn man so seinen, 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 seinen Horror-Kumpanen Dinge empfiehlt, ist ja immer so, oh Gott, wenn dir den mir jetzt nicht gefällt und ich hab ihn vorgeschlagen. Oh, also ich mein, die, da sind ja Gott sei Dank die Geschmäcker verschieden und Ja, 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 das also. Ja, schön. Aber ich würde nicht mal sagen, dass der sieht überhaupt nicht Low-Budget-mäßig aus. Nein, 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 fand ich auch nicht. Das fand ich auch nicht. Das fand ich echt überrascht. Der ist hammergut gedreht, der hat eine absolut hervorragende Kameraarbeit, da muss man auch wirklich dem Kameramann, oh, um Gottes Willen, tut mir leid, ich wär's wahrscheinlich Alp, Kofali, wirklich loben, der auch mit einem Lichtspiel gearbeitet hat, das mich wirklich beeindruckt hat. Das stimmt. Lichtschatten und so, das sah wirklich sehr, sehr geil aus. Und die, also die Atmosphäre, die allein durch die Kameraarbeit eingefangen wird, fand ich richtig geil, wenn sie dann da in dieses, in dieses Haus kommen. Es gibt tolle abartige Einfälle, also da hatte ich echt Bock drauf. Ich hatte auch, also, nee, gehen wir erst mal zu den, zu den Charakteren, die hier dargestellt sind. Das war so das Einzige, was mich so ein klein bisschen, ja, nicht gestört hat, aber es gibt ja von diesen fünf Polizisten eigentlich keinen einzigen, der wirklich sympathisch ist. Das hat so ein bisschen, kennst du die Horde, diesen französischen Zombie? Äh, nee, nee, nee. Zombie-Film? Der steht noch auf meiner, möchte ich im Mediabook haben, Liste, ja. Das sind auch, also da hatte ich auch so meine, weil das sind auch alle Charaktere, also alle nicht, also alle Menschen sind alles Arschlöcher. Und hier hast du eigentlich auch nur Stinkstiefel. Du konntest zwar, so zwischendrin gibt es auch so ein paar sentimentale Momente, wo man sagt, okay, gut, ja, so ein ganz, ganz riesen Arschloch bist du anscheinend ja auch nicht. Aber die Sympathie hält sich doch schon sehr, 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 sehr zurück. War das bei dir? Gab es da irgendwas, wo du, wo ich, wo du gesagt hast, hey, super, nee, das ist mein Dude. Ja, ähm, ich hab den, es tut mir auch wirklich, es ist mit den Namen leid, ähm, das ist einfach nichts, das kann man sich einfach nicht so gut merken, wenn man aus dem Deutsch, ich zumindest nicht, wenn ich aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und ich gucke mir gerade noch mal die Liste durch, ich glaube, nee, ist das der Arda gewesen? Weiß ich nicht. Nee, es sind aber viele, ähm, viele Unsympathen auf ihre, auf ihre eigene Art, ja. Du meinst wahrscheinlich den Jungen, ne? Ja, Der noch normal, also relativ normal ist. Den, den, den jüngsten da richtig, richtig. Ähm, das, was ich daran so ganz, ganz cool finde, man lernt die kennen, und man merkt wirklich, ei, ei, die, die sind vielleicht nicht die korrektesten, ähm, Polizisten, und es klappt trotzdem, dass, bei mir zumindest, dass man am Ende dann mitfiebert, weil, weil auch wirklich gemeine Sachen passieren, ähm. Und auch der, der Oberschurke, ähm, der heißt glaube ich einfach nur The Father, also der Vater oder Baba, ähm, also der ist ja so krass inszeniert, und der Schauspieler ist tatsächlich, ich weiß nicht, was für eine Art von, ja, ja, keine Ahnung, Gendefekt, Beeinträchtigung, was auch immer er hat, ähm, weil dieser Mensch sieht wirklich so aus, ähm, das ist kein, ne, das ist kein, ähm, kein Make-up oder so, ähm, kann man nach dem, nach dem Schauspieler kann man auch mal schauen, der heißt Mehmet Kirahoglu oder so, Entschuldigung für die Aussprache hier auch, ähm, und den haben sie dafür gecastet, und der macht das so geil, und, ähm, lässt die wirklich die Hölle durchlaufen, die, die Polizisten, wo man trotzdem denkt, okay, ihr seid zwar alle nicht die coolsten und korrektesten, aber irgendwie möchte ich auch nicht, dass euch sowas Schlimmes widerfährt. Ne, das stimmt, und das, das Krasse ist ja auch wirklich, also, das ist alles handgemacht, ne, kein CGI, sondern, richtig Blut, und da gibt's, auch ein paar richtig tolle Einfälle, es ist relativ am, nein, ich glaub, das ist auch schon in der Mitte, wo der junge Polizist mit dem Stuhl nach hinten fällt, und er ins Wasser fällt. Ja. Und dann kommt eine Hand, die überdimensional groß ist, und das sieht einfach auch schon wieder, sah richtig, richtig gut aus. und ganz klar, die, die Hölle und ihre Mitbewohner, Partypeople, lassen ordentlich die Sau raus, und, also, er hat eine FSK 18, und, ja, ja, es, also, er hat sie schon zurecht. Ja, das find ich, das find ich auch. Also, gibt's ein paar Szenen, grad so, diese eine Szene, das war mein, what the fuck Moment, ich sag nur Augen, und da hab ich auch tatsächlich eine kurze Zeit, grad weil ich bei Augen sehr sensibel bin, wirklich eine kurze Zeit gedacht, okay gut, alles klar, ne, weg. Da hab ich auch mal kurz den Blick abschweifen lassen. Das ist auch alles im Close-Up, ne? Also, das wird auch nicht weggeschnitten, naja, und danach, ja, ja, ich hätte mir, ja, ja, ne, ne, schieß los. Vielleicht wird das Auge dann auch noch, ähm, lecker abgeleckt, was ist, so, nur um so einen kleinen, so einen kleinen Gore-Vorgeschmack, weil der hat, ja, einiges zu bieten, aber kann ich verstehen, irgendwie, Augen sind schon echt heavy, das ist, geht mir, also bei John Wick 3 am Anfang, genau, ich muss, ich wollte es gerade ansprechen, ja. Also, im Kino, ich hab mir, also mir ist es eiskalt in den Buckel runtergelaufen, und ich hab auch kurzzeitig echt weg, weil ich gedacht hab, okay gut, ne, das, das brauche ich nicht, Augen, Augen gehen nicht, der Rest ist mir egal. Ja. Aber da hab ich echt ne Hemmschwelle. Ich hatte auch so zwischendrin, gerade wenn man so die Hölle, wenn sie in diesem Gemäuern dieser alten Polizeistation da rumgeistern, hatte ich auch so leichte Event-Horizon-Höllen-Vibes. Da gibt's auch, wo man immer diese Einblicke sieht, was da tatsächlich jetzt irgendwie zwischendrin auch passiert ist auf der Event-Horizon. Es kommt dem Ganzen schon jetzt nicht ganz nah, aber es hat so kleine, kleine Ähnlichkeiten. Ja, ich weiß, was du meinst. Davon hätte ich mir tatsächlich einen kleinen Ticken mehr gewünscht. Ja, dann hättest du vielleicht den Leuten vielleicht nochmal 100.000 Dollar geben können. Ja, es stimmt. Ja. Es stimmt. Also, er nimmt sich am Anfang ja schön Zeit für seine Charaktere und das ist auch okay. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, weil allein da schon, also zwischendrin mal so ein paar Sachen passieren, wo man denkt, hm, das ist aber irgendwie auch nicht so ganz normal. Und das ist auch nicht langweilig. Also, das hat seine Berechtigung und das fand ich auch, fand ich auch gut. Trotzdem hätte ich gerne einen Ticken mehr Hölle gehabt. Aber okay. Das ist so ein, das ist so ein Beispiel für dem gleichen Regisseur nochmal mehr Kohle geben und dann kann er sich so richtig schön austoben. Das wäre, weil ein Händchen, ein Händchen hat er auf jeden Fall. Absolut. Ja. Absolut. Also, der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Der hat mich auch wirklich sehr überrascht. Ja, hatte er mich auch, ja. Und ich fand auch das Ende und davon will ich als Andes gerade mehr erzählen, auch das Ende fand ich auch sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mir es dann zwar so gedacht, weil das die Konsequenz wäre für dem, was so zwischendrin auch passiert. gerade so am Ende dachte ich noch, okay, ah ja, okay, jetzt habe ich es gerafft. Und, aber das gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Schuss Pfeffer und macht das Ganze nochmal ein bisschen knackiger. Fand ich super. Ja. Apropos knackig, das ist ein 90, ah ja nicht, also 97 Minuten. Ähm, die hat er auch, ähm, die hat er auch gut genutzt. Also im Gegensatz jetzt zu, zu The Tank eben, ähm, zu Beginn ist das mit den Charakteren gut investierte Zeit. Ja. Ähm, da sind halt Stunde 37, ja, gut, gut angelegt und machen und ergeben, ergeben Sinn. Allerdings, und du kannst froh sein, dass du den als Blu-ray schon hast, weil ich habe nämlich tatsächlich geguckt, ich wollte ihn nämlich in die Sammlung aufnehmen, aber der ist auch out of print und da kostet die Blu-ray immer locker 60, 70 Euro. Okay, dann da musst du mal nach dem Mediabook gucken, ähm, das kriegt man schon für unter 20, zumindest noch, zumindest noch letztes Jahr. Das habe ich letztes Jahr im Dezember, ich bin in so einer anderen Discord-Gruppe, in so einer anderen Discord, so einer Community-Gruppe und da haben wir so ein Wichteln gemacht, so ein, bis, bis 20 Euro und dann habe ich gedacht, naja, okay, guckst du mal, was es so gibt und dann habe ich Baskin im Mediabook für unter 20 Euro bekommen und das leider dann natürlich verschenkt, aber ich habe den ja schon, da kannst du mal gucken, ob du da noch einen Schnapper findest. Das werde ich tun. Gibt es noch irgendwas, was du noch anmerken möchtest? Ähm, naja, was, ich würde noch kurz auf meine, auf meine Ekelszene, na klar sind die Augen, da habe ich jetzt klar rausgehört, dass du das nicht so lecker fandest, ich auch nicht, aber was ich, der Film ist halt konsequent in dem, was er zeigt, das ist, und es gibt eine Ausweideszene, und alle anderen, es ist ja so, dass es oft bei den Gewaltszenen ist, dass die anderen auch noch zugucken dabei, ähm, weil sie auch, ähm, bewegungsunfähig sind und diese Ausweideszene fand ich auch so, fuiuiuiui, äh, die fand ich wirklich fies, das war so meins, wo ich sage, Alter, ich weiß auch nicht, also, dieses, dieses Langsame ist halt, so dieses, was ist so das, wo ich immer wirklich, wirklich mit, mitfühle, in der Hoffnung, dass ich sowas niemals fühlen werde, aber, ähm, das war schon echt heavy, und da, das ist, das ist, das ist so ein Film, wo ich sage, da sind Leute, die, die werden auf jeden Fall oft wegschauen oder ausschalten, wenn sie eher zart beseitigt sind, das ist schon, auch wenn er komplett uncut ist und so, es gibt nicht noch eine super krasse Hardcore-Version, ähm, ganz normal in Deutschland uncut erhältlich, aber da könnten schon der ein oder andere wegschalten, weil es zu heftig wird, tatsächlich. Ja, und vor allen Dingen, wir, nach der Ausbeideszene, macht er das ja auch so wie so ein Lasso, ne, also, der wickelt es auf und dann schmeißt es einfach trotzdem in die Ecke, ja, und ja, der Film hält drauf, er blendet nicht ab, sondern man sieht, was los ist und passiert und das, ja, ne, der hat mir echt gut gefallen. Sehr schön. Jo, hast du noch was? Ich gucke gerade durch, wir haben alles abgearbeitet. Nö, abgesehen davon, dass ich mir von der Wünsche, dass du mir nächstes Mal einen schönen Film empfiehlst, den wir dann besprechen, nicht. Das ist jetzt mein Wunsch. Oh mein Gott, das wird schwer. Jo, das wird schwer. Ich finde schon was. Sehr gut. Ich finde schon was. Okay, dann, würde ich sagen, machen wir Klappe zu. Ja, machen wir Klappe zu. Und danke nochmal an Dom. Genau, vielen Dank. Wir gucken mal, was wir vielleicht für das nächste Mal aus der Kiste zaubern und ich sage jetzt schon mal Tschüss und dann darf Till das letzte Wort sprechen. Ciao, ciao. Ja, ich sage auch Tschüss und vielen Dank und viel Spaß beim Hören und wir werden unsere E-Mails durchforsten und gucken, was da so reingespült wird und hoffen, dass es uns, dass es sich lohnt. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.